Homeboard ist eine österreichische Filmproduktion, die sich aus verschiedenen Episoden zusammensetzen wird und im wesentlichen das Thema Fliegenfischen behandelt. Bezüglich der Gewässerauswahl war uns besonders wichtig, dass wir Flüsse, Seen, Bäche in Österreich auswählen, die dementsprechend eine nachhaltige und naturnahe Bewirtschaftung haben. Das heißt, dass möglichst viele Naturfischer darin vorkommen, um einem Beispiel voranzugehen, wie Besatz in einem Fischwasser in einer nachhaltigen Art und Weise wirklich funktioniert. Rippen